Sehnsucht nach Wundern und dem Mystischen. Warum? Warum haben Menschen die eingestandene oder uneingestandene Sehnsucht nach Wundern und dem Mystischen? Ich meine jetzt nicht diesen frommen Wunsch nach Wundern, wo man sagt, naja, wird ein Wunder passieren und dieses Wunder, anders glaube ich, und diese verbrämmten Geschichten, sondern Wunder im umfassenden Sinne. Und was ist denn ein Wunder? Ein Wunder ist etwas ganz Besonderes, das uns begegnet. Ein besonderer Zustand, eine besondere Erfahrung, ein besonderes Gefühl, Gefühle, die damit verbunden sind. Etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es in dieser Art, wie es mir gerade erscheint, möglich ist. Etwas, das ich nicht durchschauen kann. Etwas, das umfassender ist und das größer ist als das, was ich zum Beispiel machen kann oder was der Handwerker machen kann oder die Wissenschaft tut, die Medizin, die Biologie, wer auch immer. Also dieses Menschengemachte, also dieses Gegenteilige oder dieses Andere im Vergleich zu dem typischen Menschengemachten. Das ist ein Wunder, ein umfassenderer Zustand, an dem ich beteiligt bin, an dem ich teilnehmen kann und von dem ich spüre, dass es eine ganz besondere Kraft ist. Eine besondere Kraft, die alles umfasst, die vieles durchdringt und die natürlich auch vieles bewirken kann. Das sind Wunder oder das ist eben die Definition oder die Annäherung an eine Definition des Wunders. Die ganze Historie der Menschheit ist voll dieser Erwartungen oder voll dieser Auffassungen von Wundern oder voll dieser tatsächlichen Wunder, die stattgefunden haben, mögen. Wer weiß es, wir können es ja nicht unbedingt nachweisen. Die katholische Kirche ist zum Beispiel voll davon, aber eben auch andere spirituelle Richtungen, Religionen und so weiter und so weiter. Diese Hoffnung auf Wunder, viele Menschen haben ja eine Hoffnung darauf. Also jemand scheint sterbenskrank zu sein als Beispiel und es ist alles Mögliche gemacht worden in der möglichen Medizin, in dem Stand der Wissenschaft einer Medizin. Und dann gilt es nur noch, auf ein Wunder zu hoffen und vielleicht zu beten oder etwas zu tun, etwas auch rituell zu tun, um das Wunder zu ermöglichen oder einfach zu verharren und zu warten und zu schauen, was sich verändert. Und in der Veränderung oder in der Implikation der Veränderung oder des Veränderungsprozesses entsteht ja vielleicht dann so auch etwas wie ein Wunder. Es ist so etwas Tiefes, das uns als Menschen immer wieder bewegt und von dem wir gehört haben, vielleicht in fantastischen Geschichten, in Geschichten mit Belegen, ohne Belege von Menschen, die Wunder erlebt haben und ganz begeistert davon sind und beseelt davon sind und natürlich versuchen, ihrer Welt mitzuteilen, dass Wunder möglich sind, dass sie auf dieser Ebene gewesen sind. Also zum Beispiel Nahtoderfahrungen. Da scheint es doch immer wieder eine ganze Menge an Wundern zu geben bei einer Nahtoderfahrung. Der Mensch ist nicht gestorben, sondern fast gestorben oder war vielleicht schon ein Stückchen in diesem jenseitigen, in diesem anderen Zustand des nicht mehr Lebenden und berichtet von außerordentlichen Wahrnehmungen und Möglichkeiten. Und natürlich kann ich sagen, das ist naturwissenschaftlich erklärbar durch biochemische Veränderungen und bla bla bla. Diese typischen rationalen Erklärungen, die wir haben können, aber letztendlich bleibt immer wieder das Phänomen, wenn diese Menschen davon berichten, dass etwas Wundersames passiert ist, etwas ganz anderes, als sie je erwartet hätten, als ihnen je gelehrt wurde, als ihnen an Wissen vermittelt wurde und all dem. Und dann sind sie wieder da und sind lebendig. Und von da an leben sie in den meisten Fällen ihr Leben anders als vormals. Also es hat diese besondere mystische Nahtoderfahrung gebraucht, weil ein richtiger Tod war es ja nicht, sondern nur das Hinein gegen den Tod, um zu erkennen, dass durch diese wundersamen Empfindungen und Phänomene, die die Menschen dann erfahren haben, das Leben tatsächlich von da an anders läuft und sie ihr Leben auch anders betrachten und vielleicht diese tiefe, tiefe Angst vor dem eigentlichen Todsein gar nicht mehr so erfahren, aber trotzdem ihr Leben besonders aufmerksam und besonders bewusst leben, also das Leben von da an, von diesen Wundern an anders gestalten. Und insofern ist es etwas Inneres in uns als Menschen, das uns immer wieder damit rechnen lässt oder auch vielleicht erwarten lässt und die Erwartung ist dann natürlich auch problematisch, weil sie ein Wunder will, sie will es unbedingt, sie möchte etwas Willentlich. Und das Willentliche ist natürlich begrenzt. Ich kann nicht ein Wunder einfach hierher zitieren und kann sagen, komm her Wunder oder ich setze mich jetzt auf diesen Baum und früher oder später wird dann Wunder passieren. Das geht natürlich nicht und ich kann auch keine eigentlichen Rituale veranstalten mit Wundern, weil dann lande ich irgendwann mal in der Irrationalität, meinetwegen im Mittelalter oder vor dem Mittelalter, noch vor dem Mittelalter, also in einer vorchristlichen Zeit hier in Germanien, in Deutschland, wo man dann zusammen Gericht macht und unter einem Baum sitzt, einen Blätterbaum und das ist sagen wir mal so jetzt im Mai oder im Juni und ich will also als Gericht feststellen, ob dieser Mensch schuldig ist oder nicht schuldig und dann sage ich oder behaupte einfach, wenn die Blätter rascheln zu einem besonderen Zeitpunkt oder innerhalb einer Zeit, dann ist derjenige schuldig oder eben nicht schuldig. Wir hatten das auch im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, bei den Hexenverbrennungen, wo man dann solche seltsamen Zeichen und wir würden heute dazu sagen, mit Recht auch und mit allem rationalem Verständnis, das so wichtig ist in unserem Leben, dass das einfach herbeigedacht war, irrigerweise, paranoiderweise und dass dann solche Dinge als Wunder gehalten wurden, die gar keine Wunder gewesen sind. Das ist natürlich immer wieder sehr problematisch. Trotzdem existiert immer wieder diese Sehnsucht, die Möglichkeit, das Ahnen, das Abschätzen von möglichen Wundern und Wunder passieren meistens so zwischendurch, ohne dass ich damit gerechnet habe, dass du damit gerechnet hast und dass es dir bewusst war oder dass du es wolltest. Ein Wunder widerfährt einem eigentlich auch und dieses Wiederfahren ist ja das Interessante. Es passiert plötzlich im Leben etwas sehr Wundersames. Meinetwegen, du findest, und das kommt immer wieder mal vor, 30.000 Euro irgendwo, die da vielleicht jemand hingelegt hat und das war dann vielleicht ein Wunder in materieller Hinsicht. Aber nochmal, warum haben wir Sehnsucht nach Wundern und dem Mystischen in diesem Zusammenhang? Dem Mystischen, dem Transzendentalen, diesem Außerordentlichen, das ja auch immer wieder passiert. Warum? Natürlich ganz besonders in unserer heutigen Zeit, weil die Welt scheint reell durchschaut und vor allem scheint sie reell und rational durchschaubar. Die Welt scheint erklärbar, nachvollziehbar, bewirkbar. Die Welt ist aufbaubar. Die Welt ist vorhersehbar. Ich kann sie antizipieren. Ich kann sie planen. Ich kann Zielansprachen machen und all das. Und das ist sehr reell und sehr greifbar. Und daran sind wir gewöhnt, von Kindheit an, alles zu durchschauen, alles zu begreifen, alles erklärt zu bekommen, Belege zu bekommen, denen wir mehr oder weniger Glauben schenken können und so weiter. Alles Mess- und Erklärbare. Das ist ja das Zeitalter, in dem wir sehr stark leben. Dieses Mess-Zeitalter, dieses Erklär-Zeitalter, dieses technisch-naturwissenschaftlich-materiell geprägte Zeitalter. Und damit natürlich auch den Glaube an das Ratio, das Verständliche. Ich betone das Ratio. Irgendwann mal hat es eine Umkehr gegeben, eben auch in der Philosophie vor ein paar hundert Jahren, wo man dann sagte, also das Irrationale kann es ja nicht sein. Und damit eben auch ein gewisses Ende der Kirche oder der Religiosität oder der Spiritualität zu diesem Zeitpunkt, wo man dann gesagt hat, wir können auch andersrum. Und von da an ist die Welt einfach begreifbarer geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit eben sehr rational durchschaubar. Und natürlich ist letztendlich das Rationale auch nur eine Mutmaßung oder eine Hypothese oder damit eben ein Glaube. Ich glaube eben, dass es materiell so ist, weil ich es sehen kann, begreifen kann, anfassen kann, messen kann, analysieren kann, chemisch neu zusammensetzen kann und all das. Und letztendlich ist das aber auch, wenn wir es versuchen, genau zu durchschauen, ein Glaube an etwas, eine Mutmaßung. Also die ganze Welt, die uns umgibt, tagtäglich ist damit greif- und kaufbar, vor allem auch kaufbar wirtschaftlich gesehen und kommerzialisierbar. Ich kann es greifen, ich kann es sehen, ich kann es begreifen, ich kann es zusammensetzen und so weiter. Sichtbares, das nur Menschen schaffen. Wir leben ja jetzt heute in einer Welt, in der das von Menschen geschaffene, also das sogenannte Anthropogene, die Veränderung der Welt, in der wir leben, durch den Mensch, so stark zugenommen hat, dass sie mehr als die Hälfte der gesamten Biomasse unseres Planeten tatsächlich übersteigt. Mehr als die Hälfte übersteigt. Das ist eine interessante Tatsache, die da ist. So viel haben Menschen geschaffen in dieser Zeit der Veränderung, das Sichtbare, das Veränderbare vom Menschen. Aber all das ist ja nur, ich betone nur, im Ausrufezeichen, von Menschen gemacht. Und vielleicht reicht uns als Mensch das nur von Menschen gemachte nicht aus, sondern da gibt es möglicherweise etwas anderes, da gibt es andere Dinge und die wurden immer wieder berührt. Das sind Götter, Göttinnen, das sind Gottheiten, das ist was Monotheistisches, was auch immer. Also in dem Sinne etwas Umfassendes und damit nicht durchdringbares, nicht durchschaubares, nicht begreifbares, sondern nur in einer möglichen Annäherung Entstehendes. Und dann sind wir vielleicht schon beim Wunder angelangt. Was gibt es eben noch außerhalb des Menschengemachten? Die Sehnsucht nach dem Fantastischen, nach dem Utopischen, nach dem Irrationalen, damit eben die Sehnsucht nach den Wundern und der Mystik des Lebens. Was gibt es noch außerhalb des Menschen oder innerhalb des Menschen? Es könnte es sein, vielleicht stelle ich diese Frage, könnte es sein, dass wir in der heutigen Zeit zu sehr einseitig von dem Menschlichen angewidert sind, auch angewidert sind oder sagen, das reicht mir nicht aus, bei aller Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Natürlich bei allem, ich bin dabei, keine Frage, aber es gibt da noch mehr, es muss doch noch irgendetwas mehr geben und plötzlich entsteht ein Sonnenuntergang, der so etwas Mystisches darstellt und dann passiert vielleicht irgendein Wunder, mit dem du nicht gerechnet hast. Also diese Sehnsucht entsteht ja deswegen, weil die Möglichkeit einer solchen Welt, eines solchen Daseins, des Wunderns, des Irrationalen, des Mystischen tatsächlich auch möglich ist, denn sonst würden wir es nicht denken, sonst hätten wir nicht die Fantasie, sonst hätten wir nicht das Bedürfnis danach, dann würde es uns mental nicht bewegen, egal wie es bewegt wird und wie es dann richtig funktioniert, was wir nicht, wie gesagt, nicht vollkommen durchschauen können. Also in dem Sinne, es gibt noch Geheimnisse und das ist ja vielleicht auch das Interessante am Leben, dass einem immer wieder Besonderheiten begegnen, mit denen man nicht gerechnet hat, die jetzt sich plötzlich anders darstellen. Geheimnisse tatsächlich. Geheimnisse, die nur bis zu einem bestimmten Maße durchdringbar sind oder sich offenbaren und damit eben auch Offenbarungen, was entsteht aus dem, was ich nicht weiß, was entsteht aus dem, was ich nicht weiß, was offenbart sich plötzlich. Das ist natürlich zum Beispiel das überwältigende Erlebnis einer Naturerscheinung, egal von welchem Wetter sie bedingt sind und Meteorologe wird man dann erklären, das ist die Walze nur noch Dings und die hat mit dem Jetstream zu tun, Nummer 522, Lauf 3 und diese ganzen Geschichten, die man heutzutage auch in diesen beliebten Wetterberichten sich anschauen kann. Aber es sind doch letztendlich vom Gesamtgefühlszustand, Befindenszustand her Offenbarungen, die passieren in diesem zum Beispiel Naturerlebnis. Also, was ist das Höhere oder um noch einen anderen Begriff zu bringen, das Heilige etwas, was so groß ist, dass ich einfach intuitiv spüre, es gibt noch etwas, was noch außerhalb der typischen menschlichen, deklarierbaren und rationalbaren oder rationalisierbaren menschlichen Eigenschaften ist. Das Besondere, das ist es auf jeden Fall. Also, was passiert außerhalb des Menschengemachten? Und das ist eine Sehnsucht in uns allen, eingestanden oder uneingestanden, vielleicht brüsk abgelehnt und damit eben weiter rational bedient und zu sagen, so etwas gibt es nicht, ich will das nur messen und es gibt eben nur diesen Laborparameter oder jenen Messparameter. Alles andere ist nicht zweckmäßig, weil ich einfach damit nichts anfangen kann. Aber die Sehnsucht danach wächst vielleicht im Inneren unbewusst immer weiter und damit eben auch die Möglichkeit, dass so etwas geschieht. also diese Möglichkeiten daran teilzunehmen oder einfach dafür offen zu werden, dass so etwas im Bewusstseinsstrom von uns Menschen passieren kann, ständig passieren kann und dann, erst dann bekommen wir vielleicht auch eine stärkere Achtung, eine stärkere Wertschätzung dessen, was eigentlich ist oder was in Wirklichkeit oder auf einer Ebene der Wirklichkeit oder Ebene von Wirklichkeiten passiert und was da eigentlich vorhanden ist. Nämlich das Wundersame unseres Lebens und damit eben auch die Wertschätzung und die Achtung und damit eben auch als Konsequenz ein anderer Umgang mit vielen Dingen in unserem Leben. Also einfach diese größere Ehrfurcht vor dem Lebendigen und damit sind wir schon bei ethischen Werten und all dem, weil wir uns letztendlich auch immer wieder wundern, was geschieht. Es entstehen natürlich ständig Wunde und Wunde haben verschiedene Ebenen und Möglichkeiten in unserem Leben. Aber um es nochmal zum Schluss zu sagen, es führt uns doch in der Regel, wenn wir Wunder erfahren oder an Wundern teilnehmen, es führt uns doch auch dazu, dass wir das Leben, das rationale Leben, das reelle Leben oder das sogenannte reelle Leben anders wertschätzen und damit eine andere Haltung den Dingen gegenüber nehmen und vielleicht nicht immer mehr wollen und noch mehr wollen und gierig sind und uns alles kaufen wollen und immer mehr Materielles schaffen. Und das verdient bowling Leaton und die r re должны